Ich bin hier neu, hab keine Ahnung, weiß nicht genau, was es zählt. Wer sagt mir, worauf soll ich achten, wie man sich als Christ verhält? Ich würde zum Beispiel gerne wissen, wie lange ich beten muss. Ob da liebe Gott auch die Weh, was hält er vom Zungenkopf? Jeder sagt mir, was macht es, jeder weiß es ganz genau. Heute ist es in jedem Fall und ich kann so was einen Traum. Und wenn ich zu suchen, was wie das denn auf dem Tisch ist, oder wenn ich dann mal wieder kenne, oder wenn ich dann mal wieder kenne. Ich wär so gerne ein Fassist, Einzelbahn, dem man nichts verknirrt. Ich wär so gerne ein Fassist, Einzelbahn, dem man nichts verknirrt. Einzelbahn, dem man nichts verknirrt. Einzelbahn, dem man nichts verknirrt. Oder kommt der böse Stahlreis, ein Tunnelreden ein? Und ist das Klamm für den Kumpel? Die Musik ist unser Kind. Und von Jesus gibt die Kirche, in den ganzen Tag geht. Ich wär so gerne, dass man mich Einzimmer, dem man nichts vermisst. Ich wär so gern, wenn ich verspricht. Einzimmer, dem man nichts vermisst. Soll ich zu, was soll ich machen, muss ich mich erst bekehren, hab ich vorher eine Rauschen, oder das immer noch nicht gern. Ich mach das mal, ich hab drei Kecke und singe Folgen. Vor allem, was weiß man, ich sag der Fall. Hot Potion City Mart. Ich wär so gern, wenn ich verspricht. Ich wär so gern, wenn ich verspricht. Einzimmer, dem man nichts vermisst. Ich wär so gern, wenn ich verspricht. Ich wär so gern, wenn ich verspricht. Einzimmer, dem man nichts vermisst. Ich wär so gern, wenn ich verspricht. Einbricht, dem man nichts vermisst. Einbricht, an dem man nichts vermisst.